Heute ist Samstag. Hast du gefrühstückt? Nein, noch nicht. Lass uns zusammen essen. Lass uns zusammen essen. Da sind viele Menschen. Da ist ein Tisch frei. Ich stehe um 6 Uhr auf. Ich frühstücke. Ich putze meine Zähne. Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Ich arbeite in einer Fabrik. Ich esse zu Mittag. Am Nachmittag habe ich eine Besprechung. Ich trinke mit meinem Freund Wein an der Bar. Ich putze meine Zähne. Ich nehme eine Dusche. Ich gehe um 11 Uhr schlafen. Ich gehe um 11 Uhr schlafen. Was ist los? Was ist los? Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe auch Husten. Ich habe auch eine laufende Nase. Du bist erkältet. Bitte nimm etwas Medizin. Lass uns heute einkaufen gehen. Ich muss Bananen und Tomaten kaufen. Wo ist die Kassiererin? Wo ist die Kassiererin? Ich zahle. Ich zahle. Ich zahle. Lass uns eine Pause machen. 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 Bis zum nächsten Mal.